Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Eigentlich hatten wir vor, auf die besten Plays der Fortnite-WM bis dato zu reagieren. Leider Gottes gibt es davon noch nicht so viel zu sehen, weil die Fortnite-WM halt noch nicht so weit fortgeschritten ist, aber da kommt auf jeden Fall auf was. Also an alle Leute, die das auch vorhaben, hört auch unsere Ideen zu klauen, aber na, komm ich das klar. Los, mein Trader-Code-Revinser, meine Freunde. Wir gönnen uns heute die besten und spiciesten Fortnite-Memes ever rein. Ich habe zum Glück jemanden dabei, der kein bisschen Englisch versteht und auch überhaupt kein Verständnis für Memes hat. WalfaD, was geht? Hallo. Hey, mein Name ist Lukas und ich bin heute hier. Ja, genau. Halt dein Maul. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an, Leute. Mal schauen, ob Lukas hier überhaupt irgendwas versteht mit seinen minderwertigen Gehörn. Ich bin gespannt. Okay, wir haben hier einen Golf-Spieler. Kamera-Werbauer. Das ist einfach der Fortnite-Voice-Chat, wenn er Public wäre, Digga. Ohne Witz. Season 1 in 1-Clip. Okay. Die sind 7 still, da nicht wahr. Ja, 7-7. Oh, Flugzeuge, Digga. Ich hab sie gehasst, Junge. Das ist halt real. Ich hab sie gehasst, Junge. Ich hab sie gehasst, Mann. Ich hab sie so... Junge, das ist so lächerlich, oder? Ich störe, ja. Oh mein Gott. What? Noooon! Oh nein, in der Zone. Und jetzt fragt sie noch in der Zone, oder was? Ohne Scheiß. Ist das gut. Oh mein Gott, was? Wie oft ich gegen diese Scheiß-Siber gekommen bin. Oh nein, er hat die Tür zugemacht. Was? In a few decades. Grandpa. I found this in your own stuff. Double Pump. Sit, grandson. I will tell you a great story for... Leute, Double Pump, Alter. Ey, ganz ehrlich, Mann. Bring back those times. For real, Alter. Ehrlich. Das war so schön, Mann. Ich muss auf korrekt sagen, ich hab nie Double Pump gezockt. Echt nicht? Ich hab nie Double Pump gezockt. Keine Ah, guck mal hier. Beklin, Fortnite-Streamers, not having sexual relation with a woman. With that woman, aber okay. Also, niemand hatte Sex, der Fortnite spielt. Ja. Sehr gut. Okay, wir sind hier gerade in Dusty. Ja, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Es ist dieser Song Winterkiss. Kennt ihn, Alter. Man kennt ihn. Ich hasse das, Digger. Ich hasse so sehr Explosives, Mann. Ah, ja. Night Players call Minecraft a kids' guest. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich bin der OG-Skin. Nein, 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 nein. Hör auf zu lachen. Ich bin der OG-Skin. Hör auf zu lachen. Ich bin der OG-Skin. Hör auf zu lachen. Ich bin der OG-Skin. Ah, schade. Mücke im Haar, Digger. Junge. Oh, Digger, wo findet man solche Leute, Alter? Guck mal, warum krieg ich nie so Gegner? Oh, guck mal hier. What number comes between two and four? Ähm, ähm, ähm. Let me hear his thing. Let me hear his thing. Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Oh, nein, Junge. Guck in die un... Hör aufzunehmen. Ja, genau. Aha. So, it should do a lot of damage. Auf jeden Fall. Na klar. Hör aufzunehmen. An 8. Hör aufzunehmen. Man kennt's. Ist das ein Shotgun? Ja. Und die ist sehr, sehr stark auf Close-Range. Und sollte sie eine Menge Damage machen, macht Sinn. Und was hat sie gemacht? Acht Schaden. Acht Schaden. Danke dafür, Fortnite. Acht Schaden. Okay. Was spielst du denn so? Oh mein Gott. Ist das dumme dieser Wand, Alter. Stell dir mal vor, du wirst im echten Leben beschossen und baust einfach eine Wand auf, Junge. Okay, wir haben hier John Wick. Och nein. Och nein, Alter. Och nein. Bisschen Waffen abbauen, wer kennt es nicht? Ja, das wäre dann so ziemlich dein Name. Ne, also, ja gut, du bist halt der Nosekin. Ja, ist nicht schlimm. Wer schießt denn so? Ja, wahrscheinlich trifft er da doch noch jeden. Klar, Bruder. Ja, moin. Alles klar, alles klar. July 25th, 2017. Ja. Wie lange das Trash-Ball ist? Das ist 1,000 Jahre. Ja, Digga, als würde Müll 1.000 Jahre überleben, als wäre Fortnite wirklich so ein Müll-Game. Och, Mann. Oh, ist so wie ein Busch. Stell dir vor, so jemand tötet dich, Alter, und an so ein Team. Vier Leute, vier Leute, vier Leute. Was machen sie da? Jetzt haben wir was, oder? Ne. Hä? Hä? T-Post, Digga. Show Dominance, aha. Wer ist zu leben? Okay, da oben haben wir Gegner. Möchtet ihr ihn snipen? Save Adapt, save Adapt erst gleich. Wechsel? Nein, ich glaube kein Adapt. Hat der Typ sich umgebracht? Ich glaube, er lebt noch, oder? Ich weiß es nicht, ich glaube. Doch, ne? Dieser Sound, dieser Sound. Er sieht ihn einfach nicht. Ja, ne, man, also, ne, klar. Oh, Junge, Alter. Man kennt's, man kennt's, ja. Ob man das nicht sieht? Okay. Fuck. Er hat mir die Tomatenhecke gehofft, man hat. Sie tanzt da ganz ruhig, Digga. Oh, Digga. Oh! Mein Gott, Digga. Ja, moin, man kennt ihn. Nein, Kevin! Oh, loll. Oh, loll. Alles klar, okay. Man kennt's, man kennt's. It's leather. Och nein, Digga, och nein. Och nein! Och nein! Oh, Mann, Alter! Als ob das real ist. Junge, es gibt solche Gegner. Mein Team-Mates. Mann, ist das hohl, Alter! Oh, Mann, Alter! Ey! Ey! Okay. Okay, thanks, Dad. Mm-hmm. Klar, Papa, danke. Golden Scar. Golden Scar. Okay. Golden Scar. Okay. 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 Is there anything better to celebrate than the end of a war? In particular that one, which was one of the bloodiest and worst of all time. Yes, celebrating a victory royale on Fortnite. Ja, 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 absolut. Man kennt ihn. Ey, ich hab irgendeine Mücke im Zimmer, ne? Okay. Krass, das sieht gerade komplett aus. Juni! Ist da einer? Ja, ich sag. Ja, nee! Na, nee! Look at this, dude! Oh nein, der arme, Alter! Och nein, Junge! Ja, ach, ach! Aha. Oh, thick, Alter, thick dieser Ass, Digger. Okay. Okay, aha. Gut, alles klar, die spielen wohl zusammen, die team scheinbar. Mhm. Okay, die Team! Okay, auf geht's, auf geht's, auf geht's, kommt schon! Alter, ist das Efink! safe, der findet nur auf und töte den. Ja, safe, Digger, natürlich. Uuuuuh. Oh, lol, als ob. No! Jetzt kriegt er den Headshot, jetzt kriegt er den Headshot. Oh, nein, wie assi, Digga! Uncool, Mann! Uncool! Oh, shit. Wer würde gewinnen? Aha. Also, ich glaube, dass der Busch da auf jeden Fall gewinnen würde gegen so'n Raketenwerfer. Oder, Lukas, was sagst du an der Stelle? Digga, aber mir seh' ich noch gar keinen Busch. Ähm. Alles klar, gut, Lukas, Internet mal wieder komplett rip. Äh, ja. Shrek-Crossover confirmed. Och, Mann, ist das Lächer, Junge. Nice. Jetzt heißt's abhauen, Digga. Ja, das schafft er niemals, ihn zu killen, Digga, niemals. Er hat doch ne Waffe. Ja, aber er hat nur ein Jagdgewehr, glaube ich. Ja, aber er kann doch schießen wenigstens. Ja, was ist denn das für ne Verfolgungsjagd, Digga? Was ist das für ne Verfolgungsjagd? Junge, als ob man das so lange spielt. Ich bitte dich. Digga, irgendwann muss man auch noch keinen Bock mehr haben. Er rennt ihm immer noch hinterher, das ist unglaublich, oder? Digga. Hä, was?! Oh mein Gott, was?! Übertreib! Wie lang geht das denn, hä? Kann ja nicht sein, oder? Ja, was ist das? Ja, moin. Joa, lass es jetzt ein, Bruder. Und es gab noch keinen anderen Feindkontakt, weißt du, was ich meine? Er kommt doch immer, er kommt doch immer näher, er kommt doch immer näher, er kommt doch immer näher, er kommt doch immer näher. Er schießt aber auch noch ein Jagdgewehr gefunden. Oh Mann, Alter. Aber der Typ ist One-Shot. Oh Mann, ey, ist das dumm. Boah, endlich! Oh, guck dir den Loot an, Alter. Ist bestimmt keine Falle drin, oder? Ja, Falle. Ist bestimmt keine Falle drin. Save nicht, save nicht. Oh, Junge. Der Typ ist doch nicht real. Aber Hauptsache, John Wick Skin. Alter. Guck mal, wie greedy er ist. Guck mal. Und auf Wiedersehen. Ja, man kennt ihn. Ey, ist das dumm. Man rennt doch automatisch da rein, Digga. Ist das hohl, Alter. Oh! Oh, Digga. Er war gut. Jawohl. Lukas, das habe ich schon vor 10 Minuten gesehen, was passt. Leute. Ich habe es nicht gesehen. Ja, gut. Halt am Maul. Gut, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, lasst das vor diesem Video. Schaut auf jeden Fall nicht bei Weifan den vorbei, weil der ist wirklich ziemlich heiß. Und da würde ich auf jeden Fall Auge machen. Und das war's für heute Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich küsse eure Augen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Nur zwei Crater. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.